Musik Hi, ich bin Felix vom Kanal der Hobbygarten Und habe dieses Jahr die Hirse Challenge 2017 ins Leben gerufen Um euch mit anderen Garten-Youtubern zusammen den Hirseanbau etwas näher zu bringen Ich baue jetzt das zweite Jahr Hirse für meine Wellensittiche an Welche Kanäle an dieser Challenge teilnehmen, wer welche Erfahrungen mit der Hirse hat Und um was es überhaupt in dieser Challenge geht, erfahrt ihr jetzt im Trailer zur Hirse Challenge 2017 Hallo, ich bin Stefan vom Kanal Stefans Hobbygarten Und nehme in diesem Jahr an der Hirse Challenge von dem Felix teil Mit der Anpflanzung von Hirse habe ich bisher keinerlei Erfahrung In ein paar tollen Videos von Felix habe ich die Hirse in seinem Garten das erste Mal gesehen Da so etwas nicht jeder im Garten hat, möchte ich in diesem Jahr der Hirse einen kleinen Teil meines Gartens zur Verfügung stellen Sehr gespannt bin ich auf den Wachstumsverlauf und die Ernteergebnisse Hi, ich bin Art von Arzt Garten Und in dieser Gartensaison werde ich mich mal ein bisschen mit dem Hirseanbau beschäftigen Ich werde es auch mal selber probieren, nur die Verarbeitung ist denke ich mal nicht ganz so leicht Aber das werden wir im Verlauf des Jahres herausfinden Oder ich hoffe nach der Ernte Aber vor allem baue ich das hier für den kleinen Freund an, für den Kanarienvogel Versuche den damit dann zu versorgen Ich hoffe ihr begleitet mich auf dem Weg, wie ich mich mal an der Hirse probiere Ich werde es vor allem in Töpfen glaube ich anbauen, aber da muss ich mir nochmal ein bisschen Gedanken machen Aber das werdet ihr auf jeden Fall erfahren Bis dahin Hallo, ich bin Hans vom Kanal Gartenwirtschaft Und ich habe wirklich noch keine Erfahrungen mit Hirse Und deshalb ist es denke ich das allerbeste bei der Hirse Challenge von Felix Der Hobbygarten teilzunehmen Dachte ich mir ist natürlich eine gute Option Da kann man ein bisschen was über Hirse lernen Und was ich da lerne, das möchte ich euch natürlich gleich mitteilen Das heißt ich möchte meine ersten Hirseerfahrungen wirklich mit euch teilen Deshalb nehme ich euch dieses Jahr auf die Hirsereise mit So nenne ich das jetzt mal Ich denke, und zumindest bin ich ziemlich zuversichtlich Dass das garantiert eine coole Geschichte wird Schaut auf alle Fälle auch bei den anderen Kanälen vorbei Die diese Hirse Challenge mit bestreiten Es wird spannend Ein extra Fleckchen werde ich mir noch raussuchen Wo wir das Ganze dann anbauen Damit war es das jetzt erstmal Wir sehen uns dann in den Hirse Videos Ciao Hallo zusammen, ich bin Patrick von dem Kanal Mika Garten Und ich nehme an der Hirse Challenge teil Mit dieser Hirse Challenge beabsichtigen wir Garten-YouTuber das Ziel Euch den Hirseanbau näher zu bringen Da Hirse in den deutschen Gärten doch relativ untypisch ist Wir als Garten-YouTuber finden Hirse gehört auf jeden Fall in die deutschen Gemüsegärten hinein Im Laufe des Gartenjahres werden auf den einzelnen Kanälen Der teilnehmenden Garten-YouTuber mehrere Videos zum Anbau von Hirse erscheinen Ich persönlich habe noch keine Erfahrungen mit Hirse Denke aber, dass das kein Problem sein wird Und freue mich auf jeden Fall schon auf die Hirse Challenge Wir sehen uns zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020